Ja, Momma Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute mit Spirit unterwegs, Leute, und natürlich wieder das Randomizer-Setup am Start. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Runde und ich würde sagen, los geht's. Ich würde das Phasing jetzt noch nicht starten wollen, oder? Ich meine, ich hätte Ruin, dann würden die Leute wahrscheinlich den Gen einmal loslassen, weil ja alle denken, ich bin bei denen in der Nähe. Einfach hier, woher? Was ist bei dir denn los? Echt weiter gerannt? Okay, wir machen mal Zauber. So, da. Aber ich waste da einfach zu viel Zeit am Anfang jetzt direkt. So, Johnny Cage wins. Run-Model-Combat. Run-Model-Combat. Zwei Personen, oder? Ne, was? Die war doch schon längst weg. Wieso hat das denn so spät, dass die Funken gesprüht? Ach, Mann, ey. Ich bin fest davon ausgegangen, dass sie die Palette wieder direkt wegballert. Oh, nach links. Oh, das ist okay. Oh, zweiter Gen. Und es läuft aber bei denen. Erhelfen. Dann muss ich ihn jetzt holen. Tut mir leid für ihn. Aber dann müssen wir dich snacken. Es war leider Ruin, Leute. Ein bisschen ärgerlich. Dann sind unsere Slowdowns schon wieder weg. Die Klödie ist es einfach. Meisterin der Taktik. Da will ich eigentlich rinnen. Habe ich sie wieder gesehen? Mal schauen, ob ich sie erwischen kann. Wird schon die Gents auf der Seite eigentlich beschützen wollen. Weil wenn ich hier einen verliere, ist eh durch. Ach, komm. Wieso gönnst du mir nicht? Mann, ey. So, Mödel, was geht? Hallo, moin, moin. Schweine, es ist nicht auf dieser Seite. Oh. Ich hatte aber Angst gehabt, weil ich gefaced bin. Kann das sein? Eher so ein bisschen was ängstlich. Das heißt, die wird bestimmt auch ziehen, oder? Okay. Never mind. Oh, der Hit. Den markiere ich mir hier nochmal auf meiner Karte. Keller. Let's go. Eine Generator, weiß ich nicht, ob der bespielt wird noch von jemandem Ich würde schnell hinphasen, ehrlich gesagt und den zurücksetzen wollen Sind aber schon auch ein bisschen was weiter auseinander hier Ich mal die Klöde jetzt abwechseln Hier war doch gerade eine zweite Person Okay Rain ist einfach komplett blind scheinbar Da rennt jemand, da rennt jemand, ja gut Wenn die auch keinen Gen machen, dann können wir hier die Zeit ruhig nehmen Und da, keine Sorge Wer hat mir im Tausch Was zur Hölle Wie Wie hat das niemanden getroffen Hängen sie jetzt schnell einfach hier hin Einfach nur schnell wieder Schnell wieder weitermachen Da hinten Spuren Besetzt noch Bin ist hochgeheilt Wenn ich hier jetzt erstmal so warte Ist glaube ich das Beste was ich machen kann, oder? Ich gamble jetzt darauf, dass die mir in die Arme rennen Ich werde ja noch gambeln dürfen Na gut, okay Dann töten wir dich zuerst, kein Problem Ich kann mir vorstellen Ich kann mir vorstellen, dass sie einen Strike hat Hat nicht so gut gespielt Deswegen geh ich erstmal weg Waschlampe Hinter mir ist auch noch jemand, beide hier Ob das so clever war Ich weiß nicht, ob das so clever war Er ist auch tot, oder? Naja Weiß Und jetzt war es der Gem Ja, da ist jetzt kannst du auf jeden Fall wieder an den Haken ran, ne? Ich geh auch mal in die Richtung, weil die Ähm Die andere war ja eben auch grad hier lang gerannt Vielleicht sehen wir sie War der Jen schon so weit? Moin Willkommen im Stream Hey Böhnchen Moin an alle Ich hab bestimmt wieder die Hälfte übersehen Aber war auch ne äh Runde, wo man mal ein bissel sich konzentrieren musste hier, ey Wuhu Ey solche Runden sind halt cool Das macht halt Laune irgendwie, ne? Coole Jagden gehabt und so Schön die drei Gens halt auf der Seite gehabt Das war halt jetzt so für uns mega gut Aber mit der Runde können wir glaube ich alle zufrieden sein Die Survivor auch Hat er auch Glück, dass ich am Jen genau die Yunjin getroffen habe Die einzige die verletzt gewesen ist, ne? Wuhu Wie immer schillernd, nehmen wir mit Das nehmen wir mit Weil, dass man sich sowas immer von solchen Leuten anhören muss So, keine Ahnung Du kannst ja scheinbar nicht mal Survivor spielen Und jetzt heulst sie im Chat wieder rum Ey, Mann, Mann, Mann Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute Ich hoffe die Runde hat euch Spaß gemacht Ja, die Survivor am Ende halt wieder Oder was heißt die Survivor? Der eine Bisschen mimimi wieder Man kennt es Die anderen sind immer schuld Das ist Lektion Nummer eins Die ich euch ja auch beigebracht habe In diesem Sinne Ich hoffe ihr hattet trotzdem Spaß mit der Runde Falls dem so ist Lasst gern ein Like da Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei Und Dankeschön natürlich auch An die Kanalmitglieder für die Unterstützung Wir sehen uns Und bis dahin euch noch einen schönen Tag Macht's gut Ciao, ciao